Was ist eigentlich Quant bzw. der QNT-Token und was hat es mit dem Overledger und den sogenannten M-Apps auf sich? Wie funktioniert das Ganze und lohnt sich der Einstieg noch? Das alles schauen wir uns in diesem Video an. Auch hier gleich noch die Anmerkung, dass Quant ein sehr umfangreiches Projekt ist und ich daher nicht auf jedes Detail eingehen werde. Wenn ihr Fragen habt, die ich im Video nicht beantworte, schreibt sie aber gerne in die Kommentare und ich versuche euch weiter zu helfen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hol das am besten gleich noch nach, um auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Und damit zur Kurzfassung. QNT ist ein Ethereum-Token, auf dem die Unternehmenssoftware-Lösungen der Marke Overledger von Quant Network aufsetzen. Diese Lösungen zielen darauf ab, öffentliche Blockchains und private Netzwerke miteinander zu verbinden. Das bedeutet, dass verschiedene Blockchains miteinander verbunden werden und untereinander kommunizieren können und das ohne die Autonomie, Effizienz oder Geschwindigkeit der einzelnen Chains zu beeinträchtigen. Der wichtigste Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist die sogenannte Interoperabilität. Und das ist laut Definition die Fähigkeit, unterschiedlicher Systeme möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten. So versteht sich Quant als eine Interoperabilitätslösung für Blockchain-Plattformen. Zur Geschichte. Die Idee der Technologie hinter Quant stand vom Gründer Gilbert Verdian aus dem Jahr 2015. Im gleichen Jahr half er bei der Gründung der Blockchain-ISO-Standard TC307. Das wird heute von fast 60 Ländern auf der ganzen Welt verwendet, um ihre Blockchain-Entwicklung zu steuern. Verdian war zuerst um 2009 im britischen Finanzministerium tätig und später als Chief Information Security Officer eines australischen Gesundheitsministeriums. Außerdem besitzt er über 20 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater. Dabei erkannte er auch, wie wichtig es ist, dass Datenbanken miteinander kommunizieren können. Der zweite Mitbegründer ist Dr. Paolo Tasca. Er ist ein Unternehmer und digitaler Wirtschaftswissenschaftler. Er war bereits als ein sogenannter Sonderberater für Blockchain-Technologien, für das EU-Parlament und die Vereinten Nationen tätig. Im Dezember 2017 wurde das Quant Network dann offiziell angekündigt. Seine Mission ist es so gesehen, alle Blockchain-Probleme zu lösen, die Verdian während seiner Zeit an den angesehenen Institutionen aus erster Hand sah. All diese Probleme betrafen grundsätzlich die Interoperabilität und so soll das Quant Network genau diese lösen. Und da die Interoperabilität hier eine so große Rolle spielt, schauen wir uns die noch einmal kurz im Detail an. Laut Definition ist es die Fähigkeit unabhängiger, heterogener Systeme nahtlos zusammenzuwirken, um Daten auf effiziente und verwertbare Art und Weise auszutauschen bzw. den Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass dazu besondere Adaptierungen notwendig sind. Und in Bezug auf Kryptowährungen? Da heißt es einfach so viel, wie dass es keine Blockchain gibt, die besser ist als alle anderen. Wie in jedem Gebiet gibt es auch hier die unterschiedlichsten Anwendungsfälle und eben diese erfordern unterschiedliche Blockchains. Dementsprechend wird es wohl auch in Zukunft nicht die eine Blockchain geben, sondern eben verschiedene. Und Interoperabilität bedeutet auch hier, dass diese unabhängigen Blockchains zusammenarbeiten bzw. kommunizieren können. Dann wieder zurück zu Quant. Was ist Quant bzw. das Quant Network? Quant Network ist ein Blockchain-Technologie- Unternehmen, das mit seinem Produkt eben eine universelle Interoperabilität zwischen Blockchains erreichen möchte. Interessant ist, dass Quant im Gegensatz zu anderen Kryptowährungsprojekten nicht Open Source ist. Außerdem ist ein Großteil der verwendeten Technologien patentiert. Auch ein Unterschied zu anderen Projekten, welche die Interoperabilität lösen möchten, ist, dass sich Quant Network mehr auf Blockchain-Dienste für Unternehmen konzentriert. Dennoch können viele andere Blockchain-Projekte bereits integriert werden. Dazu zählen beispielsweise Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar, EOS und IOTA. Genauer betrachtet soll, wie erwähnt, vor allem die Lücke zwischen verschiedenen Blockchains und Unternehmenssoftware geschlossen werden. Dazu bietet Quant eine sogenannte Plug-and-Play-Lösung. Plug-and-Play heißt zu Deutsch anschließen und loslegen und bezeichnet eigentlich eine Technologie, die es ermöglicht, mit minimalem Aufwand Peripheriegeräte an einen Computer anzuschließen und sofort zu nutzen, ohne erst Einstellungen zu treffen oder etwas installieren zu müssen. In Bezug auf Quant hat es vor allem für die Entwickler einige große Vorteile. Als Entwickler ist man beispielsweise nicht dazu gezwungen, eine neue Infrastruktur einzurichten. Das Besondere an Quant ist also, dass es verschiedene dezentralisierte Netzwerke nahtlos miteinander verbinden kann und vor allem auch unabhängig davon, welche spezifische Distributed Ledger-Technologie diese verwenden. Somit ist Quant als Interoperabilitätslösung designt, welche mit jedem bestehenden verteilten Ledger funktioniert, egal welche Architektur dieser besitzt. Hierfür verwendet Quant eine Technologie namens Overledger DLT Gateway. Das DLT steht für Distributed Ledger Technology und mit dieser Technologie fungiert Quant als Gateway für jedes Blockchain-basierte Projekt. Auch an dieser Stelle eine kurze Erklärung zu DLT. Das Ganze beschreibt im Allgemeinen eine Technik, die für die Dokumentation bestimmter Transaktionen benutzt wird. Es ist eine spezielle Form der elektronischen Datenverarbeitung und Speicherung. Als Distributed Ledger oder zu deutsch auch verteiltes Kontenbuch wird eine dezentrale Datenbank bezeichnet, die Teilnehmern eines Netzwerks gemeinsame Schreib- und Lesevorgänge erlaubt. Im Gegensatz zu einer zentral verwalteten Datenbank wie im klassischen Ansatz, bedarf es in diesem Netzwerk keiner zentralen Instanz, die neue Einträge in der Datenbank vornimmt. Neue Datensätze können jederzeit von den Teilnehmern selbst hinzugefügt werden. Ein anschließender Aktualisierungsprozess sorgt dafür, dass alle Teilnehmer jeweils über den neuesten Stand der Datenbank verfügen. Viele denken, dass eine Blockchain und ein Distributed Ledger das gleiche sind. Tatsächlich stimmt das aber nicht. Eine Blockchain ist nur eine Art von einem Distributed Ledger. Soviel dazu. Bei Quant kann der Overledger von Entwicklern dazu verwendet werden, Smart Contracts für eine Vielzahl von Coins zu schreiben. Das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Das gilt auch für Chains, die keine Smart Contracts unterstützen. Quant verbindet auch eine Anwendung mit anderen Anwendungen im gleichen Blockchain-Öko. Das Hauptprodukt von Quant ist die Overledger Enterprise Plattform. Hiermit können Unternehmen ihre bereits vorhandene Infrastruktur mit der Blockchain-Welt verbinden. Unternehmen können auf diese Weise sogenannte Multi-DLT Smart Contracts, das sind die M-Apps, die ich am Anfang schon erwähnt habe, erstellen. Das sind Smart Contracts, welche über mehrere Blockchains hinweg existieren. Auch dazu später noch mehr Details. Die D-Apps, die dezentralen Anwendungen, können dadurch die Eigenschaften und Daten anderer Plattformen nutzen. So können bislang nicht realisierbare Funktionen ermöglicht werden. Dann kommen wir jetzt zur Funktionsweise. Wie schon gesagt ist Quant Network ein Closed Source Projekt. Es werden also keine Details der Funktionsweise seiner Kerntechnologien weitergegeben. Das, was man sich aber auf jeden Fall merken sollte, ist, dass Quant Network keine Blockchain ist. Es ist ein Ökosystem, welches aus verschiedenen Komponenten besteht. Dazu gehören das Blockchain-Betriebssystem Overledger OS, Multi-Chain-Apps, die M-Apps, das Overledger-Netzwerk, der Overledger-Network-Marketplace, das Treasury und das QNT-Token. Dazu komme ich auch gleich noch. Wie man jetzt auf diesem Bild erkennen kann, sitzt der Overledger über bestehende Netzwerken, Protokollen und Blockchains und bildet dort eine nahtlose Verbindung zwischen diesen. Die Enterprise Permission Blockchains sind Blockchains, über welche ein bestimmtes Unternehmen die Kontrolle hat. So können von den Unternehmen beispielsweise Transaktionen blockiert werden, wenn sie nicht den jeweiligen Regeln entsprechen. Auch möglich ist es, wie es zum Beispiel bei Hyperledger der Fall ist, dass es eine reine Corporate-Lösung ist und es keine Coins gibt, in die man investieren kann. Auch zu dieser Gruppe der Enterprise Permission Blockchains gehört unter anderem Ripple. Die Public Permissionless Blockchains sind nun mehr oder weniger genau das Gegenteil. Sie unterliegen nicht der Kontrolle eines Unternehmens oder auch der Regierung und sind somit resistent gegen Zensuren. Das bekannteste Beispiel hierfür ist natürlich der Bitcoin. Und das Ganze erlaubt dem Anwender zum Beispiel Multichain-Apps, diese M-Apps, zu entwickeln, welche die Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains und somit auch die Speicherung, Verifizierung und Verarbeitung von Daten über die jeweiligen Netzwerke oder Chains nutzen und ermöglichen. Hierbei wird keine weitere Blockchain zwischengeschaltet, sondern ohne zusätzlichen Konsens die direkte Interaktion ermöglicht. Diese vollständige Interoperabilität ermöglicht es den Entwicklern nun, ihre Daten und Funktionen der jeweils am besten geeigneten Blockchain zuzuweisen. Und dafür werden wie schon erwähnt sogenannte M-Apps verwendet. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich sogenannte D-Apps, die Decentralized Apps. Da ist es so, dass das Frontend, welches beispielsweise eine beliebige Web-Anwendung sein kann, auf eine API zugreift. Und über diese API wird wiederum auf Smart Contracts zugegriffen, welche eine Interaktion mit der zugrunde liegenden Blockchain sicherstellen. Im Gegensatz dazu schaut es bei Quant und den M-Apps folgendermaßen aus. Auch hier haben wir ein Frontend und eine API und die Funktionsweise derer ist die gleiche. Allerdings greift die API dann eben auf den Overledger zu und in diesen befinden sich die Smart Contracts. Der große Unterschied ist aber, wie man schnell erkennen kann, dass an einem oder mehreren Smart Contracts eben auch eine oder vor allem mehrere Blockchains hängen können. Wer mehr über diese Funktionsweise erfahren möchte, kann sich gerne den Artikel durchlesen, aus dem ich auch die zwei Grafiken entnommen habe. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Dann schauen wir uns noch an, für was das Ganze überhaupt verwendet werden kann. Ein Beispiel für eine Anwendung wäre eine M-App, welche Smart Contracts über Ethereum ausführen kann, während sie gleichzeitig Ripple als Paymentsettler verwendet und anschließend den Abschluss auf der Bitcoin-Chain sichert. Quant ist also gut dafür, wenn ich verschiedene Anwendungsfälle miteinander kombinieren möchte. Aber bringt es auch anderen Entwicklern und Unternehmen etwas? Die Antwort ist ja. Ein weiterer großer Vorteil ist beispielsweise die Aufteilung von rechenintensiven Funktionen auf schnelle Blockchains, die eine hohe TPS-Frequenz haben. Oder auch das Auslagern von sicherheitskritischen Funktionalitäten auf entsprechend sicherere Blockchains und so weiter. Gerade für Unternehmen bietet Quant noch den Vorteil, dass der Overledger die Verbindung zwischen Bestands- und Allsystemen darstellt und die Anbindung von diesen in die Blockchain-Welt ermöglicht. Das ist ein Vorteil, weil dafür Unternehmen das Risiko entfällt, sich für eine bestimmte Blockchain bzw. Distributed Ledger-Technologie entscheiden zu müssen. Und das spart wiederum Zeit, Ressourcen und bietet vor allem extrem viel Flexibilität, um auf zukünftige Innovationen und Trends schnell reagieren zu können. Die Partnerschaften von Quant. Die Partnerschaften sind natürlich bei jedem Projekt interessant und können einem auch sehr schnell zeigen, wie viel wirklich dahinter steckt. Und hier muss sich Quant auf jeden Fall nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Ein Beispiel für eine Partnerschaft ist SIA. Die bieten Lösungen für den Finanzsektor an, haben über 500 Banken und sind da sehr weit vorne mit dabei. Dann, was ich sehr spannend finde, ist Oracle. Das kennen wohl die meisten. Oracle ist ein Hard- und Softwarehersteller und vor allem bekannt ist die Oracle-Datenbank. Der nächste Partner sollte aber wirklich jedem etwas sagen und zwar ist das tatsächlich Amazon. Ich glaube, dazu brauche ich auch nicht viel mehr sagen. Es gibt noch ein paar andere, die findet ihr auf der Website von Quant unter About Us und Partners, falls da jemand mehr wissen möchte. Dann schauen wir uns jetzt noch den QNT-Token an. Wenn man die ganzen Services einmal nutzen möchte, um eben in die verschiedenen Blockchains zu gehen, muss man mit QNT bezahlen. Das heißt allerdings nicht, dass sich jeder erst einmal QNT-Tokens kaufen muss. Einfacherweise ist es so, dass man beispielsweise mit Fiat bezahlen kann und das dann automatisch in QNT umgewandelt wird. Tatsächlich unterscheidet sich Quant hier etwas von anderen Währungen, weil technisch gesehen der QNT-Token keine Berührungen mit dem eigentlichen Produkt hat. Wenn man sich den Supply anschaut, ist es so, dass es nur 14,6 Millionen QNT-Tokens geben wird, also nicht sehr viele. Davon wurden 9,9 Millionen beim ICO ausgegeben, 2,6 Millionen werden vom Unternehmen einbehalten, 1,3 Millionen gehören den Gründern und 650.000 sind noch für Personen, die QNT betreuen und beraten. An dieser Stelle noch ein paar Worte zur Zentralität, da ich weiß, dass es ansonsten auf jeden Fall in den Kommentaren kommen wird. Natürlich muss man auch hier anmerken, dass QNT niemals komplett dezentral sein wird. Ich würde es allerdings ähnlich wie bei Ripple betrachten. Gerade aus Sicht eines Unternehmens ist es häufig eben doch wichtig, einen zentralen Ansprechpartner zu haben. Und genau aus diesem Punkt ist es für große Unternehmen nicht wichtig, dass es dezentral ist, sondern vermutlich sogar besser, wenn es zentral ist. Denn auch hier muss man verstehen, dass QNT Network nicht den Anspruch hat, dezentral zu sein. Kauf und Aufbewahrung. Da ich bei fast jedem Video gefragt werde, wo kann ich das denn kaufen und wo kann ich es aufbewahren, ergänze ich hier mal eine kleine neue Kategorie und werde es in Zukunft in jedem Video erwähnen. Falls ich es einmal vergesse, erinnert mich bitte wieder daran. Quant kann mittlerweile schon auf einigen Exchanges gekauft werden. Dazu zählen beispielsweise Coinbase, Uniswap und Binance. Quant ist auf der Ethereum Blockchain entstanden und daher ist QNT ein ERC20 Token. Somit kann QNT auch auf den gängigen Hardware Wallets wie dem Trezor und dem Ledger gesichert werden. Zusammenfassend ist Quant also wirklich ein Projekt, bei dem viel dahinter steckt. Sowohl die Gründer sind sehr interessante und kluge Personen, als auch die Idee verspricht einiges. Die Interoperabilität ist ein Problem, dem wir vor allem in Zukunft immer mehr begegnen werden. Wir befinden uns aktuell noch sehr am Anfang und daher spielte es noch eine untergeordnete Rolle. Ich persönlich mag diese Art von Projekten wirklich sehr und konnte tatsächlich nur einen einzigen Kritikpunkt finden. Und zwar ist es so, dass der QNT Token für das gesamte Ökosystem nicht unbedingt relevant ist. Das bedeutet, sollte sich Quant es anders überlegen und eine andere Zahlungsform einführen, könnte der QNT Token komplett verloren gehen. Das ist ein Risiko und ein Szenario, welches einem bewusst sein sollte. Allerdings halte ich es auch genauso für extrem unwahrscheinlich, weil eine solche Umstellung dem Unternehmen auch sehr schaden würde. Wenn man investieren möchte, würde ich aktuell noch etwas abwarten oder eben auch auf den Bärenmarkt warten. So werde ich es auch tun, um nachzukaufen. In den nächsten fünf Jahren denke ich, dass QNT durchaus auf 1.000 Euro steigen kann. Allerdings vermute ich eher, dass es noch etwas langsamer gehen wird und die Welt noch etwas mehr Zeit braucht. Sollte sich Quant durchsetzen und das haben sie ja schon mit ihren vielen namhaften Partnerschaften bewiesen, sind nach oben hin sehr wenig Grenzen gesetzt. Vor allem auch, da es relativ wenig Coins gibt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer sehr über einen Daumen hoch oder einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich wünsche euch eine tolle Woche.